Oh mein Gott, ey. Die Missionen sind nicht ohne, aber, und wir sind erst bei der 5, ich will gar nicht wissen, was die, was die letzten Missionen alles sind, aber wir taktieren uns ein bisschen durch. Willkommen zurück. So, wir werden gleich wieder damit anfangen, dass wir hier die Ressourcen alle mitnehmen. Zwei Extraktoren, notfalls noch ein dritten. Oh, da kommen dann jetzt auch gleich noch ein paar. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird ausgebaut. Lass ihn mal gleich upgraden und dann muss ich das Tech-Zentrum setzen. Bau abgeschlossen. Ausgebaut. Bau abgeschlossen. Jetzt kostet es tatsächlich nicht so viel. Oh, und da kommen auch welche. Scheiße, ey. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Wird ausgebaut. Verstärkung angefordert. Gegner nähert sich. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird nicht so schnell wie möglich anfangen, die scheiße Raketenwerfer zu bauen. Wird erforscht. Wird los. Wird ausgebaut. B Wird ausgebaut. Und der hat oben bessere Chancen gerade. Verstanden. Das kriegt er nicht gebacken. Unsere Basis wird angegriffen, wird gebaut. Auf dem Weg. Unsere Basis wird angegriffen, wird gebaut. Bau abgeschlossen, abgeschlossen. Versterben, wir müssen weg. Versteben, wir müssen weg. Das Aketten wird fast fertig, oder? Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Scheiße, die haben das Ding zerstört. Bin nicht aufgepasst. Das ist natürlich mega ärgerlich. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Okay, von da kommen sie jetzt alle. Können den rausnehmen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Scheiße, da oben kommen sie auch. Was kostet ein Raketenwerfer 195? Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird ausgebaut. Ich habe mir nochmal drei Leute, glaube ich. Die bleiben mal drinnen. Die kriegen jetzt Ärger. Hier hole ich mir zwei. Ich hole zwei Leute. Und der Laser kostet 300. Den soll ich so schnell wie möglich erforschen. Okay, die müssen drinnen bleiben, wie es aussieht. Oh, der in den Raketen rein. Let's go. Nice one. Leer tiver mir zwei? Okay, du wirst du wirst. Du wirst du wirst ab interested in G-N-G? Wirst du in den Raketenwerfer nehme? Wir wurden ausgebaut. Fahre abgeschlossen. Wir wurden ausgebaut. Fahre abgeschlossen. Wir wurden ausgebaut. Fahre abgeschlossen. Verstanden. Ja, also. Da kann ich nichts machen, weil da kommt demnächst noch was. Okay, von der Seite und von der Seite kommt nichts. Also, ich habe jetzt mal hier den... Den Laser kann ich nicht bauen, aber... Wird gebaut. Fahre abgeschlossen. Auf dem Weg. Verstanden. Wird ausgebaut. Die Stufe 3 haben wir noch nicht. Wird ausgebaut. Scheiße, von da kommt auch was. Achtung, mein neuer Typos. Wenn einer von denen unsere Verteidigung durchbricht, wird unser Lander nicht lange durchhalten können. Fahre abgeschlossen. Auf dem Weg. Wird ausgebaut. Fahre abgeschlossen. Bestätige. Auf dem Weg. Und da kommt auch schon wieder was. Meine Fresse, ey. Ich brauche mehr Leute. Verstärkung angefordert. Wird gewart. Wird aufgestockt. Ich brauche mehr Leute. Ja, nee. Scheiße, ich habe nicht genug Leute. Oh fuck. Bitte den mal. Alter, wie lange brauchen die, um den Titten so geil zu machen? Okay, wir werden da. Jetzt kann ich hier einen Laser machen. Frage ist, wo baue ich den? Kann ich nicht. Oh scheiße. Oh nein, zu spät. Verstärkung zu bringen. Verstärkung zu bringen. Unsere Basis wird gebaut. Verstärkung zu bringen. Krass, viel Damage die machen, die Viecher. Okay. Das war auch nicht das Rätsellösung. Krass, ist das hart, ey. Alter Schwede. Das ist richtig übel. Wie krass das reinbummert. Meine Fresse. Okay, ich glaube der Anfang ist schon gar nicht so schlecht. Wir müssen nur hinten rum, äh, mehr Verteidigung. Oh Gott, was für ein Anblick. Das heißt erstmal wieder ein Paddy. Bauen. Zwei Ex-Klose. Zwei Ex-Klose. Zwei Ex-Klose. Ein Reihen, den zweiten Reihen, den abgraden, den auch upgraden. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Verstärkung angefordert. 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 Ich bin schon, wir sind schon zu weit durchgedrungen. Ich bin schon, wir sind schon, wir sind schon, wir sind schon, wir sind schon. Ich bin schon, wir sind schon, wir sind schon. Wir sind schon, 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 wir sind schon Scheiße, ich bat den Raketenwerfer. Scheiße, ich habe den Raketen geschlossen. Scheiße, ich habe den Raketen geschlossen. Scheiße, ich habe den Raketen geschlossen. Scheiße, da kommen auch welche. Geh du mal da rein. Geh du mal. 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 abgeschlossen kann ich nicht ach du meine Fresse scheiße von da kommen auch schon da welche ja auch mehr leute Achtung, ein neuer Typos. Wenn einer von denen unsere Verteidigung durchbricht, wird unser Lander nicht lange durchhalten können. Wird ausgebaut. Shit. Ich habe akuten Mangel an Leuten. Okay, das ist durch. Auf dem Weg. Abgebaut. Wird repariert. Auf dem Weg. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Ach die Scheiße. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Auf dem Weg. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Wird ausgebaut. Wird ausgebaut. Was ist das? Scheiße die Typen sind einfach zu gut. Fuck ey. Krass ist das hart ey. Ich muss versuchen in der Mitte auch so ein Ding zu setzen. Ich muss in der Mitte auch ein Geschützdom setzen, damit der sich darum kümmert. Einzige Möglichkeit. Okay, versuchen wir es in der nächsten Runde. Danke fürs Zusehen. Tschö.